Lass uns mal Gas geben! Sooo... Gibt's Mächtle, bis Mogen. Ja. Schafschütze! Ich mach nichts, schützt mich einfach nur 10 an die Blüte-Kuh, muss ich abschießen. Haha. Die sind alle vollbehindert. Au, so ist vorn. Ah Gott. Wo ist eigentlich der Markus eigentlich hier? Er hat gesagt, er kommt doch nicht. Bin ich einmal da, dann gehen alle. Morgen mach ich Andromeda. Morgen solltest du vielleicht nicht Andromeda machen, vielleicht solltest du jetzt Andromeda machen. Warum? Weil wahrscheinlich morgen wieder alle da sein werden. Müsst mich halt anschreiben. Ich glaub's in die Gruppe, ne? Du sagst dann immer, dann bist du weg und machst Andromeda. Ja. Ja, ich war heiß. Aber bei mir stand halt voll interessant, dass das am dritten Mal, äh, Ding ist. Muss ich morgens schauen, ob das geht oder nicht. Ankommen in Ilios. Ja. Von 5 Uhr morgens. Von 3 Uhr bis 5 Uhr morgens. Das ist heute Nacht. Ah. Na gut, dann geht das. Übungsgefecht. Jetzt hättest du mir das rein. Einfach hier machen nix. Oh, das ist da. Das ist schon abschneiden. Ah. Das macht irgendwie Angst. Genchi und Junkle schauen nicht so böse an. Ja. 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 Heiler! Wir haben keinen Tank und keinen Heiler. Ich mach bestimmt nichts von beiden, wenn ich das andere nicht krieg. Nö. Ich mach Tracer. Oder du machst Heiler, ich mach Tank? Pff, nö. Ne, Verteidigungshelden sind viel wichtiger. Kannst du vor allem. Hä? Tracer stöhnt. Was hä? Alles. Ein mit der Sondra? Oh, der Tracer hat gestöhnt. Bilge? Oh, der Tracer hat mich. Es hat mich so schiefst. Oh, der Tracer hat mich. Oh, der Tracer hat mich. Böses, tolalala. Ihr Team hat die Flagge. Oh ja. Die Welpe haben doch keine Augen, die sind doch alle blind. Fuck. Nee. Ich bin aus der Map gehüpft, ich war am Ziel hinten. Ich bin aus der Map gehüpft, weil ich blöd bin ey. Hast du Bungee Jumping gemacht? Das ohne das Jumping, äh das ohne das Bungee. Ja, ohne das Bungee. Ohne das Bein. Halt. Whether you und ich. Ah. Ah. Seh was unsichtig ist. Ah. 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 Da ist ein geschützten Weg. Ne. Ganz vergessen, komme ich nicht durch allein. Allein in der Heilung ist das schwierig. Toll gemacht, Hanso. Super das Ulti gewasted. Nice. Nicht unnötig. Guck mal, ob du damit überhaupt noch einen triffst. Ich glaube nicht. Ja, total unnötig. Unnötig. Kein getroffen. Sankt halt. Da ist eine Widow und ein Torbjörn mitgeschützt. Wir müssen die irgendwie wegkriegen. Vorsicht, Kemper! Lasst euch nicht abbalanz! Ich bleib hinten. Ich mache... Blöööö. Shield generator ist online. Ihr seid geschützt. Schau dich, Schiel. Hast du mich helpt? Was ist denn so aus von? Wenn so Holze braucht, kann ich es auch. Ja, Sonne Schäber, Moriga. Schaut euch in den Augen. Immer fest mit Raff! Aaaaaaah! Echt jetzt! Kannst du vergessen, ich komm da nicht durch. Kommt hier und freut euch! Kannst du vergessen, da komm ich alleine nicht hin. Ich versuch mir das mit einem anderen Helden zu machen. Wo bist du? 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 Oh, ein Schildgenerator. Schön. Ja. Wolland gehst du? Warte auf mich! Ich komm mit! Was machst du denn jetzt? Ich komme mit. Achso. Warte! Wird schwierig. Was hast du gesagt, Sandy? Hetzmaul. Du hast wohl was gesagt. Selber. Seht, was unsichtbar ist. Seht, was unsichtbar ist. Die Fliege entgeht wieder. Blöde Hanzo. Das Shit ist kaputt. Hehehehehe. Da, ich habe jetzt einmal Volldreffer gemacht und die ich nicht vielleicht. Der Wolf ketzt seine Beute! Jetzt bin ich auch froh. Es ist unnötig. Es wurde denn so, warum hatte ich uns wieder zu voll? Was macht der denn die ganze Zeit? Nix! Los geht das Spiel! Schaffschütze! 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 Imaraaah! Haha! Halleman! Versorgt hier eure Wunden! Nach 60 Sekunden! So! Kann da mal langsam was passieren! Das Gegnerische geschützt wird uns nicht vernervt! Oh, komm Loda! Ihr Team hat die Flagge! Ihr Team hat die Flagge vollgelassen! Noch 30 Sekunden! Es bleibt nicht viel Zeit! Nicht nachlassen! Ich bin betäubt! Ich bin tot! Nein! Das ist schon wieder da! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Aber auch nicht schlecht! Über die letzten 30 Sekunden geht man nach vorne allesamt! Das ist logisch! Highlight des Spiels! Naja, logisch ist eigentlich, dass man ein Team hinkriegt, das dann auch mal wirklich durchkommt. Aber... Hast ja gesehen! Waren ja alle hinten! Hat es voll gebracht, wenn man hinten ist! Ich bin die ganze Zeit nach vorne gewandt und war alleine da! Und kam dann natürlich nicht durch! Als Tracer! Das ist... Verständlich! Und da gibt es rein, der liegt mir eins! Ja! Der hat überhaupt nichts gemacht! Jetzt wird das Highlight gekriegt, aber das war's! Und entschieden! Und... Ach nö! Hurra! Nutparks! Hurra! Hurra! Die Studen brennt! Pabababababa! Baaaaa! Zehner! Willkommen in Oasis. Auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Wir nehmen auch einen Teil, dann gehen wir beide nach vorne. Ja, kann ich machen. Dann lassen wir die Typen hinten versauern und wir beide gehen nach vorne, oder? Ich bin lieb. T-Chat. Universität. Ich spiele und wir sind. Ach so. Grüße. Salz bringt Glück, oder? Alex. Hm. Salz bringt Glück, oder? Hm. Laufen wir was Salz rüber. Hm. Oh. 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 die Kau abhetzt. Voll erwischt. Ach, kdo ja, fix. Tare. Du füllst deine Funktion hervorragend aus. Ja ich weiß. Ja, scheiße, 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 verdammte Kacke. Wo sind denn alle hin? Keine Ahnung. Was machen die? Ich sehe zwei vorne. Eine war bei mir. Ja, wenn das die hinten ist, ist in Ordnung, aber das wäre halt besser, wenn halt Farah und McCree auch noch hinten wären, weil die würden da hinten großen Schaden machen. Und der Heil und die beiden Tanks gehen nach vorne, aber das bringt dir nichts, wenn das keiner macht. Ja. 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 Nein! Ich hätte zuerst Ding nehmen sollen. Und warum hat es niemanden... Aber es ist geschützt als wenn ich es kaputt machen kann, oder? Nee. Sonst klappt es doch auch immer. Ich kippe gleich die Rüse, komm her. Komm her, ich schwarz auf dich. Komm her, Bein Fuß. Ich weiß, wo ich dann gehe. Kommt Leute, wir verjagen die Komponiertung. Halsch. Eine Einglück. Hm? Na ein Glück, sag ich. Sie ist da eingeschaltet! Sie haben ein geschützt am Start! Oh, ein bisschen zu weit. Oh, mein. Oh, mein. Ja. Oh, mein. Oh, mein. Oh. Hallo, Alex, komm hinter. Ha. Vole Wicht. Oh, wer hat die Flagge? Keine Ahnung, aber er bewegt sich schnell unten lang. Ah, das ist Lucio! Er hat es versucht. Warte, Lucio, ich komme hier. So einfach tut es mich nicht. Soll den Akku aufzuladen. Ne, wie ist das? Alter, was ist das? Was? Zeit für uns, wie? Geh runter! Hey! Danke! Ich schieb doch! Geht doch mal alles als Bastard! Unnötig! Kaputt, Bob. Hurra! Rote Augen, das ist gefährlich. Einleitung des Spiels. Stonghorn. Ach, da fliegt er aber. Hitbox. Machst du deine auf, oder? Ich hab das vor. Ich mach meine beiden auf. Lila. Ich muss dich vernichten. Inakzeptabel. Finde ich auch. Ich lasse das Sack, ey. Oh, Gold! Super, das ist Geld. Super! Super! Vielen Dank.